Unser Markus Hane hat uns wieder ein schönes Bild gemalt. Der Triumph der roten Fahne. Es entstand im Mai diesen Jahres, also 2013. Inspiriert wurde er von dem Wandbild, der Weg der roten Fahne, am Dresdner Kulturpalast. Aber auch von der spätimperialistischen Gegenwart, auch hier in Dresden. Die uns auch in dialektischer Weise die Siegesgewissheit unserer Sache vermittelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Die Fahne ist niemals gefallen, so oft auch der Träger fiel. Sie weht heute über uns allen und sieht schon der Sehnsuchtziel. Ich trage eine Fahne, das Rot der Arbeiter macht. Es hat die Arbeiterfahne bei Nacht mein Vater bewacht und hat sie mir froh übergeben, dass wir sie zur Sonne erheben, dass wir sie zur Sonne erheben, bei Tag, den der Kampf beschwor. Ich trage eine Fahne, und diese Fahne ist rot. Es ist die Arbeiterfahne, die uns die Einheit gebot. Sie hat unsere Väter begleitet durch Hader und Nacht und Krieg. Drum vorwärts, ihr Söhne erstreitet, zu Ende den großen Sieg. Der Arbeiterfahne bei Nacht. Der Arbeiterfahne bei Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Und wir 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 Wir